Das Jolifin Multifunktions LED Sterilisationsgerät XXL sieht nicht nur sehr stylisch aus und ist dank des Henkels auch praktisch für unterwegs, sondern kann auch richtig was. Es ist ein Sterilisationsgerät, das heißt es entfernt 99,9% aller Bakterien und Keime und es läuft über eine UVC-Strahlung, also ohne Flüssigkeit. Die verspiegelte Boden- und Deckenplatte sorgt dafür, dass die UVC-Strahlung wirklich überall an eure Gerätschaften oder Pinsel kommt. Ihr macht das Ganze zu, dann macht ihr das Gerät an, hier seht ihr piept es und der Timer geht los, beziehungsweise das Display springt an. Den Timer startet ihr mit dem ersten Knopfdruck, das ist die schnelle Sterilisation, er läuft runter und alles da drin wird wirklich mit der LED-Strahlung gereinigt. Was super praktisch ist, dadurch dass es keine Flüssigkeiten nutzt, kann es auch eine Pfeile oder einen Pinsel sterilisieren und die Gele, wenn solltet ihr den Pinsel noch Gelreste haben, werden auch nicht ausgehärtet durch die UVC-Strahlung. Wenn ihr es nicht abwarten könnt und einfach mal nachschauen wollt, dann könnt ihr das Gerät auch einfach ausmachen. Es hat einen Auto-Securing-Modus, das heißt es geht aus, wenn ihr das öffnet und wenn ihr es dann wieder zumacht, läuft es automatisch weiter. Die nächste Funktion sind wieder 180 Sekunden. Hier wird noch direkt getrocknet und es hat einen Temperatur-Kontroll-Modus, wenn ihr eure Dinge hier reinlegt. Und dann haben wir noch einen dritten, das ist der Deodor-Modus. Deodor heißt geruchtsbindend. Es werden also auch Gerüche entfernt. Das Ganze kommt so, ist super praktisch und hoffentlich bald auf eurem Nageltisch.